recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 157 von avorian ja ich springe gerade richtung ausrüstungs dock der letzte sektor ist jetzt erreicht da müsste man jetzt in dem sektor sein wo das ausrüstungs dock ist damit ihr das nicht alles mitnehmen musstet wo ich da hin und her gesprungen bin ja und dann schauen wir mal was das ausrüstungs dock so für uns hat und wollen hoffen dass wir da irgendwie was vielleicht kriegen können aber sieht ja auch schlecht aus in der beziehung dass wir hier sagt schon keine guten verbündeten haben na okay dann würde ich sagen warum entro gucken uns das mal anders so da ist das ausrüstungs dock dann gucken wir mal rein ausrüstung handeln und solange gar nichts darf ich machen das ist ja auch richtig cool oder das heißt wir sind mit der fraktion ziemlich schlecht ja noch nicht mal in dem neutralen bereich mit ich traue super gut das bedeutet wir müssen schauen dass wir vielleicht hier irgendwie was anderes machen können handelsrouten gibt sie nicht ja nicht so doll da was sollten wir dann tun eigentlich können wir ihm schicken ja sagen mach mal hier abbauen in diesem bereich sicherer modus sofort die gelieferung was baut ab trainier um na und titan weil mehr können wir nicht das andere ist zwar schon da aber wir können es nicht wir können noch die dauer hochschrauben auf dreieinhalb stunden und dann soll er mal hier dreieinhalb stunden was machen da wie der ist jetzt sofort weggesprungen hat mich hier alleine gelassen finde ich ja schon hammer oder okay macht das egal dann ist das also bitte kasse 519 besetzen der ist natürlich richtig cool oder ja der macht jetzt auf jeden fall 0 prozent abgeschlossen so jetzt müssen wir mal gucken wo das andere ist dass die unser hauptschiff ich glaube ja ne und das travel an der trailer war das hier oben ist er aber was wir jetzt geklickt haben weil so wieder keiner ist das hier astroiden ok so wechseln machen dann schauen wir mal so unser hauptschiff ist noch ziemlich leer muss noch gebaut weiter werden was haben wir hier oben für eine markierung die gelbe ok transporter block kann ich nicht machen alles klar so das bedeutet was haben wir denn hier ausrüstung handeln hier gibt es nichts gelbes das schon mal schlecht repair geschützte und billige laser verteidigungswaffensystem geschützkontrollsystem frachtraumerweiterung geschützkontrollsystem generator verstärker geschützkontrollsystem geschützkontrollsystem brauchen wir super stufe auf degradat verstärker scanner booster schild im penetrator generator beta ok das war auch nichts hier gibt es auch nichts jeder soll ein angebot und hier gibt es waffen ich kann mir was verticken wenn also dieses ist jetzt hier nicht unser ziel gewesen mit denen sind wir neutral mit denen hier sind wir ausgezeichnet ja wir müssten schauen dass wir mit anderen hier mal die verbesserten beziehungen haben also unser radios ist so groß dass ich das hier nicht mehr sehe alles klar vielleicht sollten wir mal dahin fliegen einfach gucken was das für eine masse signatur ist sprung ist berechnet wir sind ausgerichtet und fliegen dahin gucken wir uns das mal an streifenfarbe blau rot gelb so ist die geschwindigkeit ja man kommt mal an jetzt ok hier sind ein paar piraten sind es nur piraten plünder pirat 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 geh weg das ist unser asteroid diese ressource gehört uns oh war sogar getroffen wie ich hab den schon gerade kaputt geschossen oder was ja ja da steht er wieder unzerstörbar oder was neben krieg okay der ist auch geschichte der nächste bitte ne der lebt noch weggesprungen wo ist der letzte da sind noch ein paar mehr wir brauchen erst den anderen der uns hier noch angreift da kommt ein torpedo rein ein Der ist auch hin, da oben ist noch her. Gucken wir mal schauen. Den kriege ich gerade nicht, weil er gerade nicht so im Sichtfeld ist. Also das Drehen ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Das Drehen ist jetzt fertig. Ja, das Drehen ist fürchterlich langsam, deswegen können wir denen auch gerade gar keinen Kick geben. Das Drehen ist fürchterlich langsam. Das Drehen ist fürchterlich langsam. Da kommt noch mehr. Ja. 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 Ja, der trifft gut. Aber nicht die richtige, da der Asteroiden erst erschossen oder sehe ich das. Sind wir natürlich überhitzt. Wir stehen hier mitten im Asteroidenfeld, was auch nicht gerade prickelnd ist. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen Energie zurückkriegen, damit es wieder weiter geht. Ja. 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 shield Vielen Dank. Tja, jetzt gibt es einen auf die Mütze. Ich habe eine falsche Position eingenommen. Ich habe eine falsche Position. Was sind das eigentlich für welche, die ich hier im Krieg bin? Das ist ein Pirat auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eine andere Kameradschaft da angegriffen, die ich gar nicht angreifen wollte. Das ist auch ein Pirat. Jetzt ist es von dem in die Ruhe. Der ist auch ruhig. Jetzt muss der noch Ruhe geben. Das ist auch ruhig. Das ist auch ruhig. Das ist auch ruhig. Das ist auch ruhig. Ich habe noch nicht auch ruhig. Torpedo im Anflug, aber ich krieg's jetzt gerade nicht so gut geschissen. Wo sind sie alle? Die manövrierfähigkeit ist total schlecht. Die manövrierigkeit ist total schlecht. So, wo ist der Rest? So. 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 wie ich es mir vorstelle war. wie ich es mir vorstelle war. wie ich es mir vorstelle war. so wie ich es mir vorstelle war. so wie wir drehen und drehen und drehen und drehen. dieses schiff ist unwahrscheinlich schlecht zu manövrieren. das bringt also nichts. was können wir denn da eigentlich in der staffel rausjagen. bestimmt können wir in der staffel rausjagen. angreifen. so. so. Sektor gesichert. Und jetzt haben wir hier oben noch eine Nachricht. Und die Raumjäger haben wir jetzt auch geschafft. jetzt muss ich mich im sektor hier treffen 258 47 ok befehle ich mir von jägern maximisation aktualisiert alles klar das erstmal geschafft ist aber erstmal eine ganze weile hier mit dem ding da schwierig da müssen wir noch was nachbauen da müssen wir vor allem auch noch reparieren denke ich mal da ist jetzt bestimmt einiges kaputt gegangen aber geht noch nicht weil auch haben wir gar nicht die rohstoffe für zane und 34 17.000 trinium auf jeden fall das ist schon unser größtes problem okay der wird aber der andere einsammeln will ich hoffen unsere staffeln können wir zurück rufen zurückkehren 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 ich hoffe das hat alles geklappt soweit ja haben wir es erst da sieht man sehr schön wie sie ins dock reinfliegen finde ich voll cool gemacht ja cool okay dann würde ich sagen wir gucken zu dass wir in der nächsten folge weitermachen hier müssen wir noch ein bisschen aufräumen mache ich aber vielleicht auch schon zwischendurch ja ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne ab macht einst falls euch die folge gefallen hat gibt den daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wer jetzt nächste video leider gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanal hinteren wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao